Weißt du, wieso hier tausende Kuscheltiere durch Stadion fliegen? Das ist nicht etwa eine Protestaktion, sondern eine Weihnachtstradition. Jedes Jahr werfen die Betis Sevilla-Fans Kuscheltiere auf den Platz, die dann an bedürftige Kinder in Sevilla verteilt werden. Noch schöner ist vielleicht nur die Geschichten hinter Messis rotem Knöchelband, welches er im WM-Finale getragen hat. Darum geht es im nächsten Video. Folgt mal so gerne.